Hallo, wir sind Lilly und Flo, das ist das Nüsschen und wir reisen gerade mit unserem Bus durch Europa. Lilly, was machen wir jetzt? Trinken Kaffee. Und dann gehen wir noch mal zu den anderen Wasserfällen. Unser Besuch hier im Krücker Nationalpark. Wir haben gerade gelernt, im Sommer sind hier 10.000 Menschen, die sich hier durchdrücken. Wir hatten das Glück, jetzt hier im Winter komplett alleine zu sein. Es sind 20 Grad, die Sonne scheint supergeil. Und dann gehen wir noch mal an. Die kleinen Mikroarten, die halten können. Da wartet mich, dass ich irgendwas rede. 500 Stufen. Da unten haben wir angefangen. Ich hoffe, dass da Finito ist. Leg Day. Never give up. Das ist das Motto, wenn man hier hochlasst. Dann gehen wir noch mal an. Nein, geht's. Gut. Wichtig, tippitappi. Auf zur Höhle. Auf zu. Auf zu. Oh nooo! Nee, ey. Klar, Höhle zu. So, und nachdem wir den ganzen Fuß hier hochgeklettert sind, um festzustellen, dass die Höhle, die wir sehen wollten, dicht ist, eiern wir den ganzen Kram wieder runter. So, jetzt Moin. Die Kathedrale des heiligen Jakob ist das bedeutendste Bauwerk von Sibenik. Verendet wurde sie im Jahr 1535, die Einweihung erfolgte jedoch erst 1555. Die Bauart der 30 Meter hohen Kuppel wurde noch vor Rom und Florenz angewendet. Wie so vieles hier in der Ecke ist auch diese Kathedrale Teil des Weltkulturerbes und hielt als Drehort für Game of Thrones her. Praktischerweise gibt es ein Audio-Guide als Free-Download. Mit dessen Hilfe haben wir uns an verschiedenen Points of Interest vorbei hoch zu einer der vier Festungen begeben, von wo aus wir den Blick über die Altstadt genossen haben, um dann weiter durch die Gassen zu tingeln. Was? Lecker? Ja. Wir stehen jetzt hier wieder in Kroatien zurück bei Maliston und Ston und sind jetzt hier zu so einer Mauer gefahren, die zieht sich hier den ganzen Berg rüber und ist wohl neben der chinesischen Mauer, die zweitlängste Mauer der Welt. Schön steil geht das da über den ganzen Berg, bis auf die andere Seite rüber. Es ist ja auch mies, wenn du denkst, du hast hier Dienst auf der Mauer. Du musst dann jeden Tag erstmal hier hoch rödeln, bis du bei einem Turm bist. Wäre ja lieber bei einem Turm gepennt. Und dann 8 Grad, wenn du da oben Dienst hast. Jetzt mal wieder eine Lanze hoch, um 8 Uhr fängt es an. Du guckst ein bisschen. Ja, das ist die Mauer hier. Second largest after Chinese Wall. Sehr anstrengend. Wir sind ein bisschen das Stück jetzt mal hochgelaufen, die Treppen. Jetzt gucken wir uns noch den Ort an. Da gibt es Austern angeblich. Juhu! Hier heißt auf Gewunsch eine junge Dame. In einem Michelin-Restaurant, aus Versehen. Das ist genau das Richtige, wenn man mit so einem Van unterwegs ist. Es gibt nichts unter 20 Euro. Noch nicht mal eine Vorspeise. Doch. Doch. Es gab eine Fischsuppe. Es gab eine Fischsuppe. Die Austern haben nur 1,75 Euro gekostet das Stück. Ich fand das für 20 Euro ganz toll. Jetzt geht es weiter. Hi Leute. Heute haben wir einen Stellplatz mit eigenem Badezugang und einer kleinen Yacht davor. Es war richtig gestürmt gestürmt. Die Takelage war super mega laut. Aber wir haben gar nicht durchgeschüttet worden. Weil wir glücklicherweise direkt im Windschatten an diesem Haus hier, was renoviert wird, gestanden haben. So einen kleinen Hafen. Und so konnten wir Gewitter und Sturm mit 80 Stundenkilometer Wind super gut überstehen. War echt mega entspannt. Richtig cool. Am nächsten Tag haben wir uns auf die Suche nach einem Campingplatz gemacht. Aber es hatte einfach alles zu. Also sind wir wieder zurückgefahren und dann hat uns das hier erwartet. Wow. Leck mich am Arsch. Das ist der Tag. Wow. Das war unsere aktuelle Kulisse. Einer nach dem anderen. Alter. Wenn das nicht dramatisch ist, dann mit. Das ist schon dramatisch, ne? Okay, wir sind hier schön am Kochen. Jetzt kommt hier der krasseste Hagelstorm. Ich muss leider aufhören zu filmen, weil es gibt jetzt Essen. Aber es ist Wetter. Tolles Wetter. Es gewittert so sehr. Inzwischen haben wir eine Gummimatte oben auf dem Dachfenster. Ja, wir haben schon einen kleinen Riss gehabt vom Hagel. Die waren Blaubeergroß. Lieblingsbären, Blaubeeren. Und noch ein Blitz. Boah. Oh krass. Grüße aus dem Höschen. So. Unser Grasfach. Leer. Weiß. Erste Flasche leer. Wir füllen auf. Bei strahlendem Sonnenschein. Wir sind in der Tupovnik. Warum flüsterst du? Damit die anderen Leute mich nicht verstehen. Weil ich werde über den Fußballgucken stürmen. Apropos. Wer sind sie? Ich bin im dritten Platz. Kroaten. Während sich die einen nervlich und gedanklich auf das Spiel vorbereiten und mit der bangen Frage auseinandersetzen, ob es der dritte Platz wird oder doch nur der undankbare vierte, sind wir durch die Stadt gegangen, haben ein paar Gemassen geschnitten und dann eine schöne Bar gefunden vor den Mauern der Stadt mit herrlichstem Ausblick auf den Sonnenuntergang. Jo, Prösterchen. Anschließend haben wir entschlossen, noch ein wenig feiern zu gehen. Das war's. Weibringer. Das war's. 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 Ebenzeit. Ebenzeit. Dritter Platz! Ja, und nachdem wir gestern irgendwie dann schön mit den Kroaten den dritten Platz gefeiert haben und wirklich einen lustigen Abend hatten, sind wir am nächsten Tag wieder rein in die Stadt gefahren, um Kultur zu machen. Das gehört natürlich auch dazu. Er feiert, kann auch Kultur machen. Oder Lilly? Ja, klar. Obwohl mich tatsächlich auch immer die Tauben und Katzen fasziniert haben, von denen tatsächlich mehr in der Stadt leben als echte Einwohner. Ah ja, ziemlich wohlgenährte Tauben und Katzen aber auch. Tatsächlich werden die Tauben täglich um 12 gefüttert, wie man hier gerade gesehen hat. Weiter ging es dann für uns auf der knapp zwei Kilometer langen Stadtmauer, die extrem gut erhalten ist und was mir sehr gut daran gefallen hat, ist, dass du einfach von verschiedensten Punkten immer nochmal einen ganz anderen Blick auf Dubrovnik hast und die Stadt einfach nochmal komplett aus anderen Perspektiven heraus sehen kannst. Ja, und was wir gemacht haben dort, wir haben uns diesen Dubrovnik-Pass gekauft. Damit kommt man nicht nur auf die Mauer hoch, sondern auch in verschiedene Museen und zu vielen Highlights der Stadt rein. Und man kann auch noch kostenlos Bus fahren. Ja, und das Bus fahren haben wir doch relativ viel genutzt. Wir standen etwas außerhalb und haben uns dann ziemlich gefreut über das Angebot. Das hier ist übrigens die Schatzkammer, denn Dubrovnik war sehr lange sehr, sehr reich, vor allem durch den Handel und Salz, was sie auch gerne genutzt haben, das Geld. Ja, und bei Handel geht mir so ein bisschen als Hanseaat nochmal das Fun-Fact-Herz auf, weil sie die drittgrößte Flotte der damaligen Welt im 16. Jahrhundert hatten. Und das ist schon beachtlich. Wahnsinn. Ich versuche hier Selfie-Videos zu machen, aber es sind immer mal wieder Leute um uns herum. Und so sehr Blogger, YouTuber, sonst sowas, bin nun auch noch nicht, dass mir das nicht peinlich wäre. Wenn ich da einfach die ganze Zeit rumquatsche und mich selber angucke. Es ist so schön hell und warm. Ach Leute, ich schaue euch diesen Aufblick an. Und keine Menschenseele hier. Das ist ganz schön. Überall, wo man hier Dächer mit neuen Schindeln sieht, das sind alles Dächer, die leider von Granaten getroffen worden sind. Hat uns unser Guide gestern gesagt, wenn der Free Tour geschaffen wurde, von da oben, da vom Berg hinter mir, von dort, mit Mörsern auf die Stadt. Und man sieht doch relativ viele neue Dächer, gerade dieser Teil der Stadt hier vorne. Hat ganz schön gelitten wohl unter den ganzen Mörser-Einschlägen. Noch ein Fun-Fact über den Gebrovnik, den wir gehört haben, oder auch nicht so fun. Von den über 5000 Einwohnern, die es hier eigentlich mehr oder weniger immer konstant waren seit dem Mittelalter, leben inzwischen nur noch 500 Menschen hier in der Stadt. Oben, der Rest sind Apartments, Airbnbs, all solche Geschichten. Die Immobilienpreise für die Häuser sind durch die Decke gegangen. Weswegen sich viele Einheimische dann dazu entschlossen haben, ihr Haus innerhalb der Stadtmauern zu verkaufen. Vom Erlös kann man sich hier wohl zwei Häuser kaufen, Umland und was natürlich dazu führt, dass so eine Stadt stirbt. In ihrem eigentlichen Sinne, dass da auch teuer drin ist. Restaurants sind alle richtig teuer. Und du hast dann halt einfach kein Leben. Jetzt haben wir gerade noch so ein bisschen mit dem Christmas Market ein bisschen Leben hier in der Stadt. Aber abgesehen davon, ab Januar ist das Ding hier wohl tot. Bis dann im April wieder die Touristen hier einschwärmen. Und jetzt sieht das so ein bisschen die Seele raus aus so einer Stadt. Hey, und? Hast du schöne Fotos gemacht? Ja, tschüss. Ciao. Hier waren wir im wunderschönen Franziskanerkloster. Auch ein Ort, den man sich anschauen kann mit dem Dubrovnik Pass. Und neben einem sehr coolen Kreuzgang war an der Seite auch noch die älteste Apotheke der Welt. Ja, genau. Ein Museum von der ältesten Apotheke der Welt, was man jetzt hier gut sieht im Bild. Ich fand mega cool, dass da auch so ein medizinisches Buch aus dem 16. Jahrhundert war, auf Deutsch, wo es über die Verwendung von Johanniskraut geht und wie man Blähungen damit und so weiter und so fort behandelt. Also es war irgendwie ganz lustig zu versuchen, diese alte deutsche Schrift zu lesen und zu entschlüsseln. Was du dann noch sehr viel besser konntest als ich. Dank meiner Oma, die noch Sütterlin geschrieben hat. Oder unserem kleinen Altersinterview. Ja, das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Hier sieht man noch den Onofrio-Brunnen. Er ist das Ende einer zwölf Kilometer langen Wasserleitung und das Wasser ist bis heute trinkbar. Ja, und das rundet so ein bisschen natürlich in Kurzform unseren Besuchen Dubrovnik ab. Absolut empfehlenswert. Wir haben uns pudelruhe gefühlt. Weiter geht's. Und wenn sie kocht gerade. Und es gibt gleich wohl ein Menü, hat sie versprochen. Also ziemlich gespannt. Gucken wir mal, was die Küche so macht. Moin Nelly. Was gibt's denn so heute? Pasta. Salat. Selbstgebackenes, aufgewärmtes Brot. Ja. Geil. Reicht. Das reicht. Setzen Sie sich. Das war unsere Zeit in Kroatien. Wir werden sicherlich nochmal wiederkommen. Das steht außer Frage. Und über Feedback und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.